Die edle Weinrebe, auch echte Weinrebe, ist eine Unterart von Vitis vinifera innerhalb der Gattung der Rebe. Sie wird systematisch angebaut, um Weintrauben zu ernten, die als Tafeltrauben und Rosinen in den Handel kommen bzw. zu Wein- oder Traubensaft weiterverarbeitet werden. Wie die meisten Nutzpflanzen liegt die edle Weinrebe in unterschiedlichen Sorten vor, die man im Weinbau als Rebsorten bezeichnet. Geschichte Die Weinrebe gehört zu den ältesten Kulturpflanzen. Bereits 5000 v. Chr. lässt sich im Südkaukasus sowie in der vorderasiatischen Landschaft zum Mai erstmals der Anbau von Weinreben nachweisen. Biologie Die Weinrebe ist eine sympodial aufgebaute Liane, die eine Wuchshöhe zwischen 2 und 10 Metern erreichen kann. Die Spitze jedes Sympodialgliedes endet in eine Sprossranke, die seitlich abgedrängt wird. Jedes Sympodialglied entspricht einem Langtrieb oder Lotte. Zudem gehen aus den Achseln der Blätter aus Beignospen Kurztriebe hervor, die man als Geize bezeichnet und die der Winzer ausgeizt. Weil diese die Entwicklung der gleichzeitig wachsenden Blüten bzw. Fruchtstände hemmen, indem sie diesen Nährstoffe wegnehmen und die Durchlüftung des Weinstocks behindern. Die drei bis fünf gelappten Laubblätter sind langgestiehlt und im Umriss rundlich bis herzförmig. Der oberirdische Teil der Pflanze besteht aus dem mehrjährigen Holz sowie den Trieben, die sich im Lauf der neuen Wachstumsperiode bilden. Diese Triebe tragen die Blätter, mit Hilfe derer die Pflanze Photosynthese betreibt. Nach der Rehblüte entwickelt der Rebstock Fruchtansätze, aus denen sich die Trauben entwickeln. Jede Traube besteht aus einer Vielzahl von Beeren, die durch ein feines Geist, die Kämme, auch Rappen genannt, miteinander verbunden sind. Diese Beeren speichern im Laufe des Vegetationsjahres Zucker. Solange die Pflanze Photosynthese betreiben kann, ist sie in der Lage, Zucker zu bilden. Wobei die Phase in den letzten Wochen vor der Lese entscheidend ist. Im Idealfall kann die Weinrebe in dieser Periode bis zu ein Grad Öchsle an Zucker bilden. Optimale Bedingungen für die Photosynthese sind Temperaturen von 25 bis 28 Grad und eine Lichtmenge von 20.000 Lux. Die Zuckerkonzentration wird zusätzlich noch durch natürliche Wachstumsbedingungen wie Sonne und Wind oder Regen beeinflusst. In der Reifephase im Herbst werden mit der Energie aus dem Zucker erst die sortentypischen Inhaltsstoffe in der Beere synthetisiert. Die Blütenstände oder Gescheine treten im Mai bis Juni auf. Nach der botanisch-morphologischen Definition handelt es sich bei den Blütenständen nicht um Tauben, sondern um Rispen. Die Blüten sind meist zwittrig. Ab September erschienen die kugeligen Früchte, die 6 bis 22 mm groß werden. Je nach Kultursorte sind diese grün, gelb, dunkel, purpur oder blau-violett. Abstammung Die edle Weinrebe wurde vor etwa 7.000 Jahren in einem Gebiet um Palästina, Syrien und der Ägäis aus der wilden Weinrebe gezüchtet. Die im Gegensatz zur Kulturform zweihäusig und fremd bestäubt ist. Im Verlauf der Züchtung wurden die Beeren größer und süßer. Wirtschaftliche Bedeutung Die edle Weinrebe zählt zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen weltweit. In nahezu allen Ländern mit gemäßigtem und subtropischem Klima werden Weinreben zu verschiedenen Nutzungszwecken angebaut. Hier sind vor allem die Produktion von Wein, Tafeltrauben und Rosinen zu nennen. Doch auch für die Herstellung von pharmazeutischen Produkten sind die Reblätter der edlen Weinrebe bedeutsam. Nutzung Erzeugung von Kälter- und Tafeltrauben Verarbeitung von Trauben zu Wein Verarbeitung zu Traubensaft Verarbeitung zu Brandwein Traumkernölproduktion Medizinische Nutzung Präparate aus rotem Weinlaub Diese enthalten rote Weinrebenblätter, meist in Form von Trockenextrakten. Die Qualität der Blätter und eines Extraktes wird im französischen Arzneibuch beschrieben. Dabei handelt es sich um Blätter von Traubensorten, die Tanktorie bzw. Färbereben genannt werden. Als Wirkstoffe enthalten sie Flavonoide, überwiegend Quercetin-Glycoside und K-A-E-M-P-F-E-R-O-L-3-Glucosid. Die rote Färbung rührt von Anthozyanen her. Daneben treten Poanthozyanidine und andere phenolische Verbindungen, auf die als Polyphenole bezeichnet werden. Ein als Arzneimittel zugelassener Trockenextrakt aus roten Weinrebenblättern Auszugsmittel Wasser wird in der rationalen Phytotherapie mit der Envidens-Based Indikation zur Behandlung von Beschwerden bei Erkrankungen der Beinwehen Wie zum Beispiel Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen, nächtliche Wadenkrämpfe, Juckreiz und Ödeme angewendet Die medizinische Verwendung von Weinlaub hat bereits eine lange Geschichte Die mit dem römischen Arzt Galenis beginnt und im 20. Jahrhundert zur Phytotherapie mit rotem Weinlaub führt Vor allem die Schalen der roten Traubensorten enthalten die Wirkstoffe Resveratrol und Oligomere Poanthozyanidine Resveratrol ist ein Trihydroxystilben Es hat antikanzerogenes Potential und schützt Herz- und Blutgefäße In der Pflanze wirkt es als Phytolexin und schützt sie vor Pflanzenkrankheiten wie zum Beispiel vor Pilzinfektionen Traubenschalenextrakte sind in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten, in denen OPC als Antioxidans und Radikalfänger wirken sollen Traubenkern-Extrakte enthalten ca. 80% Oligomere Poanthozyanidine neben anderen Polyphenolen Sie sind wegen der antioxidativen Wirkung in Nahrungsergänzungsmitteln als sogenannt Schutzstoffe für das kardiovaskuläre System enthalten Etwa 150 mg Extrakt werden als Tagesdosis empfohlen Zudem werden die Extrakte Kosmetika als indirekter UV-Schutz zugesetzt Schadorganismen und Krankheiten der Weinrebe An der Weinrebe treten zahlreiche Schädlinge und Krankheiten auf Zudem können aufgrund ungünstiger Standortsbedingungen physiologische Störungen auftreten, die zu Ertragsminderungen oder Ausfällen führen können Zudem werden die Übergang von Nahrungsergänzungsmitteln